Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von im Let's Talk for Real. Mein Name ist Markus Gerhards vom Immobilienmanager und neben mir steht Miriam Beul von der Textschwester. Unser Gast ist heute Dagmar Böcker-Schüttgen von Böcker Wohnimmobilien. Wir drei stehen zwischen Wiesen und Feldern und schnuppern frische Landluft. Wir sind aber gar nicht bei Bauer sucht Frau oder Frau sucht Bauer, sondern wir sprechen über Menschen, die Immobilien suchen. Durch Corona haben wir festgestellt, dass sich vielleicht die Suche verändert, dass die Menschen sich in den Städten gar nicht so wohlfühlen und dass die frische Luft, der schöne Balkon und der Garten doch auch was wert sind. Liebe Dagmar, ist das denn wirklich so in Düsseldorf? Du bist ja die Expertin für den Markt. Was suchen die Leute denn im Moment? Gerade wegen Homeoffice und den ganzen Cloud-Lösungen, die es zurzeit bereits gibt, ist die Lage auf dem Land und im Grünen natürlich sehr attraktiv. Und man muss auch sagen, preislich ist das Land auch attraktiver. Obwohl natürlich schon bereits vor Corona die Preise in den umliegenden Gemeinden bereits zwischen 15 und 25 Prozent gestiegen sind, je nach Erreichbarkeit der Lage. Wir hatten doch vorher diesen Boom nach Stadtwohnungen. Es war doch total hip, in der Stadt zu wohnen. Will das jetzt gar keiner mehr? Ich denke, dass die Stadt weiterhin attraktiv bleiben wird. Die Städte werden sich natürlich weiter Gedanken machen müssen über deren Strategien. Wir müssen über Carsharing nachdenken, über Elektromobile. Was stellen wir den zukünftigen Bewohnern zur Verfügung? Nicht nur begrünte Stadtgärten auf den Dächern. Wie der Bürohandel uns das ja auch schon vorgemacht hat mit dem Cradle to Cradle oder dem sehr schönen Ingenhofental mit der begrünten Fassade. Viele Menschen werden in Zukunft weniger Geld im Portemonnaie haben. Wir haben jetzt schon Kurzarbeit, es wird Kündigungen geben. Droht uns da eine Welle an privaten Notverkäufen? Ich denke nicht, weil wir in Deutschland Immobilien immer schon sehr vorsichtig und konservativ finanziert haben. Und die Banken gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie sehr solidarisch mit ihren Kunden umgehen bei der Tilgung von Krediten. Wir haben einen Immobilienmarkt, der stabil ist. Die Nachfrage bricht zwar ein, aber ich denke, dadurch, dass auch die Verkäufe zurückgehalten werden, stabilisiert sich das Ganze wieder. Sag mal, ist denn die Immobilienvermarktung jetzt digitaler als vorher? Man darf sich ja gar nicht treffen und wir sitzen ja hier auch in großem Abstand. Wie findet das denn statt zwischen dem Kaufinteressenten und dem Immobilienmakler im Augenblick? In den Bestandsobjekten nehmen wir die Rundgänge digital mit einer Kamera auf. Wir können sie sozusagen dann wirklich Kunden anbieten, die im Moment in der Schweiz festhängen oder halt nicht nach Deutschland kommen. Kann natürlich nicht die wirkliche Besichtigung ersetzen, nur im Ausnahmefall. Und das auch eher in der Vermietung und im Neubaugeschäft ist es so, dass wir die Kunden auf unseren Arbeitsplatz holen durch zum Beispiel AnyDesk, sodass der Kunde online beraten wird. Ja, ein viel diskutiertes Thema ist ja auch, dass wir in Zukunft vielleicht alle mehr zu Hause im Homeoffice arbeiten. Und da frage ich mich, brauchen da nicht viele Menschen eigentlich andere Wohnungen? Weil jetzt mit dem Laptop auf dem Sofa, das ist ja kein Homeoffice. Müssen Architekten und Entwickler letztlich auch Wohnungen nochmal neu denken für die Zukunft? Ja, ich denke auch, dass es sicherlich keine Lösung ist, gemeinsam am Küchentisch mit den Kindern zu arbeiten und Homeschooling zu machen. Sondern die Architekten müssen sich da was einfallen lassen. Wahrscheinlich flexiblere Grundrisse mit einem hohen Anspruch an Qualität und Ruhe auch. Sag mal, noch eine persönliche Frage an dich. Stell dir vor, ein Zimmer irgendwo auf der Welt mit einem Ausblick. Was möchtest du sehen? Viel Grün und einen schönen Waldblick. Wie hier zum Beispiel. Ja, wir sind schon wieder am Ende von im Let's Talk for Real. Hat riesig Spaß gemacht. Und Miri, wir sind endlich raus in die Natur gekommen. Super. Und wir haben die Dagmar mitgenommen, die auch froh ist, dass sie eine Stunde weniger am Bildschirm war heute. Kleiner Tipp von uns. Macht's wie wir und geht raus. Wo war der Haufen? Hier. Irgendwo da. Da.